Das Steuermannsystem Salamander Blue Evolution 92 ist unser Kunststofffenster mit größter Bautiefe und hervorragendem Dämmwert. Aus diesem Grund eignet es sich optimal für den Einsatz im Passivhäuser. Das System bietet eine hohe Sicherheit durch bis zu sechs Pilzkopfverriegelungen im Standard. Es hat eine Bautiefe von 92 mm und es verfügt über drei Ververglasungen bis zu einem UG-Wert von 0,5 und Wärmedämmung bis UW 0,76. Durch die große Bautiefe ist auch eine Vierfachverglasung möglich. Hier stehen über 40 verschiedene Farben zur Verfügung, um deine Fenster und Tür perfekt an dein Objekt anzupassen. Außerdem kannst du aus sechs Farben deine ideale warme Kante auswählen, die eine verbesserte Wärmedämmung bietet. Das Blue Evolution 92 hat drei umlaufende Dichtungsebenen im Flügel- und im Blendrahmen und sechs Kammern. Der Flügel ist im Standard 80 mm, der Blendrahmen 83 und 103 mm sind möglich. Das Profil hat eine verdeckt geschweißte Ecke. Sichere dir jetzt unsere Salamanderfenster im System Blue Evolution 92 mit der perfekt passenden Haustür und kombiniere die perfekte Beschattung und den perfekten Insektenschutz dazu. Frage jetzt bei deinem persönlichen Kundenberater oder unter Anfrage at stelma.de. Ja.